Ich habe das Gebiet Wolfshölle entdeckt, ich glaube ich bin richtig. Hä, aber kommt es aus der Richtung oder geht es in die Richtung, in die ich laufen muss? Das kommt aus der Richtung, in die du laufen musst. Du siehst ja auch oben links, ja spüre und wie nah das Ding ist. Ja, bei mir steht es in der Nähe. Vielleicht gibt es ja auch für jeden einen eigenen. Kann schon sein. Das war ein bisschen seltsam dann, aber okay. Ich habe einen Bär gefunden. Bärig. Bär! Bär ist nicht so schwer, wie ich befürchtet habe. Oh, noch ein Bär. Ich glaube wir müssen schon ins gleiche Gebiet. Auch wenn er mir jetzt schon Nähe anzeigt. Aber ich habe jetzt nochmal Kupfer gefunden, das nehme ich noch mit. Bei mir ist er sehr nah, aber irgendwie ist er auch wieder weg. Was ist er denn jetzt? Der ist dahinter gewandelt jetzt. Sein ganzes Rudel habe ich gerade ausgelöscht und der ist einfach weggelaufen. Da ist er. Warte doch mal auf mich, wenn du da den Alpha hast. Bitte. Ja, ich warte. Wenn wir den gleichen töten müssen, ist das sonst doof. Ja. Wir haben ihn eingekreist. Weiß nicht wie lange der... Er jagt irgendwas. Ah, jetzt sehe ich ihn. Hast du ihn schon angegriffen? Nö. Der jagt so ein Reh. Das ist ein Reh. Schönen Sieg. Das war's für heute. So. Kannst du das beide machen? Ja. Ich weiß nicht. Warst du denn zum Speer hier? Den hab ich mir gebaut. Juhu, haben wir beide. Da hätte ich den Knochensperr bauen müssen. Im Inventar muss man ihn bauen, ja. Da müssen. Sehr schön. Wer? Was macht der rote Wolf jetzt hier? Welcher rote Wolf? Siehst du den nicht? Schau mal bei mir im Stream. Ach, krass. Den seh ich nicht. Er spüre. Alpha der weiße Wolf. Rückkehr also. Keine Ahnung. Ach, wenn ich das Blut verfolge, dann ist er auch wieder da. Wahrscheinlich bedeutet, dass er wurde gerade getötet und würde jetzt hier langlaufen. möglich. Ah, jetzt seh ich noch nicht mehr. Ich hab das, weil ich das nächste Blut verfolgen angemacht hab. Sehr weit entfernt. Okay. Ja. Die Frostbohrarten, die Chaosbohrung schützen. Nächste wäre es auch in der Nähe. Erol, der Steinbrecher ist auch in der Nähe. Okay. Und ruft der Vorarbeiter auch. Zu welchem Gamer? Sollte ich noch machen? Ja, sicher. Okay. Sicher würde ich schaffen auch mal Erol. Mhm. Glaub ich. Ne, Erol, ja doch. Den Steinbrecher. Hier ist ein Dorf oder so. Ist es Kreisbücher, finde ich noch ein bisschen... ...Mine. Strange. Hm? Dieses Kreismenü finde ich noch... Ach, der Erol ist vielleicht in der Mine, oder? Ah! Die sind vor allem Schurken. Huh. Schlecker. Ich hab ne Andanas. Ach ne, nen Kieferansatzling. Oh, hinter uns sieht alles aus. Hm, das ist ja fies. Die Kupferwaffen bringen einem nochmal ne Waffenfähigkeit. Ist jetzt cool. Au. Oh. Mein Dieb. Ist immer fies. Vorsicht, der ist unsichtbar. Hier war ein Dieb. In Kupfermine. Klingt ja sehr verlockend. was sind das viele was ich noch mal erst mal die auf welcher seite rechts links keine ahnung war rechts also hier schaut es aus als würd's in die mine runter gehen drehen wir in die mine runter da war ein verstärkter knochenspeer hast du denn jetzt aufgehoben weiß ich nicht ständig irgendwas auf ich schau grad ich hab nur den rauen faden hier ist das aufheben hier wären weg noch gar nicht schlecht ich habe eine höhlen tröte gefunden das ist auch so eine tröte ich weiß ja nicht wie viel kupfer wir brauchen können das stimmt ganz viel was brauchst du denn so lange dafür ich hab's so lustig dass ich einmal draufhauen die sind in dem moment kaputt ich hab's nicht bewusst wahrgenommen da unten ist der eroll ist der da runter wie ihr wollt wahrscheinlich oh das ist noch eine kiste ich hab die höhlen tröte in unmittelbarer nee oh da vorne sind auch nochmal zwei kisten nee man kann hier sehr zielstäbig durchlaufen das sehe ich schon mal ein teilkisten oh das zeugt ja hier ist echt nix was man wirklich einsam macht oder so dann gehen wir mal runter mhm er kommt er kommt er kommt ich bin jetzt arbeiter stufe acht äh mit acht prozent wenn ich mich nicht ouch ich bin jetzt arbeiter stufe acht ich bin jetzt Ich würde es wählen. Wir hören uns den Krenz! Ja, easy! Weiß ich will auch Soll ich weggehen? Ne, passt schon Geht Sind das eigentlich böse Menschen? Sklaventreiber hier? Bestimmt Oh, ich hab gar keinen Zauber Keine Keine Blut mehr Keine Blut mehr Kann man das jetzt auswählen? Ja 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 Ich kann das jetzt auswählen Kannst glaube ich auch jederzeit umskillen Oh mein Inventar ist voll, kannst du noch ein Herz mitbringen? Ja, natürlich Also jetzt muss ich den Zaubershow noch irgendwie ausrüsten oder? Kannst du es nicht mehr mitnehmen hier? Doch Ach, doch So Teleportieren geht nicht Kann man sich von überall teleportieren? Nee, oder? Nee Du musst immer an so einem Teleportstein stehen Ja Ach, das ist das, was er gemacht hat Aber sein Boden war länger kaputt So, jetzt haben wir noch einen Typ Ja, ich würde jetzt aber aufhören Okay, jetzt haben wir noch Können wir uns hier, was passiert, wenn wir uns hier irgendwo auslaufen? Ich weiß es nicht Wahrscheinlich, hast du keine Ahnung, ob du in deinem In deinem Sarg immer drin bleibst, oder? Weiß ich nicht Aber ich denke mal, wir können uns hier schon Ah ne, vielleicht sind die Gegner dann wieder da Ich weiß es nicht Ja, lass mal auf jeden Fall rausgehen Wo, 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 wo Aha Okay Das geht so nicht Hier sind auf jeden Fall Gegner Au, 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 au 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 Feuer Au Wieso kam das jetzt so schnell auf einmal? Au Wieso kam das jetzt so schnell auf einmal? Steht mal weg Ja Ja Das ist auch beinahe knapp Ja Ach Ich muss mich jetzt mal Ich muss mich jetzt mal keine ahnung soll man das hier ausloggen oder nö gehen wir zurück ins schloss hier ist halt auch gleich wieder das nächste ding in der nähe ach so gut unsere tasche ist eh voll kann man irgendwie wegpunkte machen ich hier drüber gehen einfach ich glaube das so im eifer des gefechts nicht richtig ich kann es auch immer hm was ist das hier ist hier edelsteine auch oder ist das einfach nur das sind edelsteine aber erst wenn es so fällt ok hm gut dass meine mentar nicht voll ist dumm das ist dumm ah dann schmeiß ich das holz raus oder oder wie häufig sind die edelsteine äh ja schmeiß das holz raus dann wird noch ein paar mehr dann darf ich die steine auch noch weg oh eine banditencar war eines hier denk dran wir sind zum still wir lassen uns nicht aufhalten wow was ist das ich glaube das spiel könnt also wenn du so wirklich mit ein paar leuten spielst und du hast lust auf pvp könnte das echt spaß machen ja wenn du allein in büsten die ganze zeit spielst du